Es gibt nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann. Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Andere glauben an gar nichts, das Leben hat sie hart gemacht. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Nur eins weiß ich hundertprozentig, nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Ich meine, wenn ich 20 wär und super talentiert und Real Madrid hätte schon angeklopft. Und die Jungs aus Manchester und ich hätt auch schon für Deutschland gespielt. Und wer mental top bin und Uli Hoeneß würde bei mir auf der Matte stehen. Ich würde meine Tür nicht öffnen, weil's für mich nicht in Frage kommt. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Das wollen wir nur mal klarstellen, damit man uns richtig versteht. Wir haben nichts gegen München. Wir würden nur nie zu den Bayern gehen. Wir würden jetzt unternehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. 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 ... 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